Hallo EC-Freunde und willkommen zu diesem neuen Video. Heute der erste Flug mit dem brandneuen AOS 5 V5. Es gab leider noch einige Probleme, die mich ein bisschen aufgehalten haben, aber ich habe es jetzt geschafft, der Copter ist hier fertig zusammengebaut. Was diese Probleme sind, würde ich sagen, erzähle ich aber erstmal beim Flug. Okay, alles steht bereit, also fliegen wir direkt mal los. Das Problem ist, die GoPro spinnt irgendwie manchmal so ein bisschen und nimmt nicht richtig auf, aber dafür haben wir in dem Fall tatsächlich noch die O3. Gut, Abend. Und los geht's. Ich habe jetzt an den PRDs und Filtern hier wirklich nichts gemacht. Das sind die originalen Beta-Flight PRDs und Filter. Ja. Kann man mitarbeiten. Gut, also würde ich sagen, erzähle ich mal, was meine Probleme waren. Problem Nummer 1. Ich konnte meine Fernsteuerung nicht mit dem Empfänger binden. Ich habe ja gesagt, ich würde noch einen Crossfire Empfänger einbauen und das habe ich auch getan. Ja, und der hat immer den ganzen Binding-Prozess durchlaufen und am Ende stand dann einfach wieder Binding. Ging also nicht. Dann dachte ich mir, gut, liegt vermutlich daran, dass das ein Crossfire Pro Empfänger ist, also ein Nano Pro, der relativ neu ist. Das Coole daran ist, der hat tatsächlich 500mW Telemetrie-Sendeleistung. Die anderen haben nämlich immer nur 25. Das heißt, selbst wenn man noch Signale von der Fernsteuerung zum Copter senden kann, sendet der Copter keine Telemetrie mehr zurück. Der hier hatte wie gesagt jetzt 500mW Telemetrie-Leistung. Ein Problem an der ganzen Geschichte ist halt nur, dass das nur bei der allerneuesten Beta-Software von Crossfire unterstützt wird. Und ja, wenn man die auf das Modul drauf macht, was ich jetzt hier habe bei mir, dann wird die Telemetrie generell gar nicht mehr übertragen. Und man kann auf das Modul auch nicht mehr über das Lua-Skript zugreifen. Zumindest nicht über die neueste normale Version, die ich gefunden habe, die, ich glaube, 0.96. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie eine Beta-Version vom Lua-Skript gibt. Wenn nicht, hoffe ich mal, dass die jetzige Version, die ich jetzt auf dem Modul und dadurch auch auf dem Empfänger habe, dann tatsächlich auch bald mal richtig veröffentlicht wird, weil, ja, jetzt habe ich nur noch diesen einen Copter verbunden. Alle anderen Copter mit Crossfire kann ich jetzt gerade nicht mehr fliegen. Das ist echt mega. Aber gut, das hat ja dann mit der richtigen Firma geklappt. Und nächstes Problem, ich hatte alles richtig zusammengebaut und dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht. Die O3 ist gar nicht angegangen. Keine LED, nichts. Und dann dachte ich, scheiße, habe ich die jetzt kaputt gemacht? Habe ich irgendwas falsch angeschlossen? Ich bin nochmal durchgegangen, die ganze Verkabelung. Nee, alles richtig angeschlossen. Dann hole ich meinen Multimeter raus und schaue mir mal an, okay, ist hier irgendwas falsch? Und dann sehe ich, am 9-Volt-Anschluss, der in der O3 drin ist, kommen keine 9-Volt an. Da kommt gar nichts an. Da hat er 0,01 oder so angezeigt. Dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht richtig. Dann habe ich das nochmal gedacht, okay, vielleicht habe ich das Kabel, das hatte ich ja verlängert, vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. Habe nochmal am FC selber, am Stecker gemessen. Auch 0,0. Gar nichts. Dann habe ich am 9-Volt-Pad gemessen, also jetzt an einem normalen Lötanschluss und da kam direkt 9-Volt an. Naja, also muss der Stecker wohl irgendwie beschädigt sein. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir einfach die, naja, von dem Stecker das Plus-Kabel quasi abgeknipst und habe das manuell an den 9-Volt-Anschluss drangelötet. Die restlichen Kabel sind weiterhin im Stecker. Funktioniert jetzt einwandfrei, ist noch nicht die allereleganteste Lösung, aber naja. Für den Empfänger wollte ich tatsächlich auch mal was Neues probieren und den nicht einfach, weiß ich nicht, in einen Schrumpfschlauch mit doppelseitigem Klebeband irgendwie festmachen. Das finde ich irgendwie immer hässlich. Deswegen habe ich mir bei diesem Kopter hier extrem viele Sachen silber designt und gedruckt. Den Druck habe ich jetzt auch tatsächlich perfekt eingestellt. Der druckt jetzt wirklich wunderschön. Und ja, jetzt habe ich sehr viele TPU-Teile noch neu gedruckt. Ich werde euch die jetzt auch jeweils einblenden. Für den Empfänger habe ich mir nämlich tatsächlich eine Empfängerhalterung gedruckt. Und die ist auch richtig verschraubt unten. Und da sitzt der Empfänger jetzt drin. Den habe ich da reingeklebt in die Halterung. Nur mit Heißklebe. Also kann man im Notfall auch mal rausnehmen. Und dadurch ist der jetzt wirklich sehr schön befestigt. Wasserdicht natürlich jetzt nicht. Aber das sind die restlichen Komponenten ja auch noch nicht. Und damit ist der Empfänger schon mal wirklich sehr clean montiert, wie ich finde. Dann habe ich noch ein, zwei andere Sachen gedruckt. Einmal wollte ich dann die Crossfire Antenne montieren. Ich dachte mir, gut, zwei Methoden. Entweder wie immer einfach, weiß nicht, mit zwei Kabelbindern vorne am Frame festmachen. Aber ich wollte hier mal was Schöneres machen. Und deswegen habe ich die Antennenhalterung, die ihr jetzt seht, nochmal selbst designt. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber kleines Budo-Edze-Logo unten drauf. Und so kann man die Crossfire Antenne jetzt richtig montieren, ohne da jetzt irgendwie groß, irgendwas, naja, groß mit Kabelbinden oder so zu befestigen. Das ist alles verschraubt. Und ein letztes Teil, was ich nochmal neu designt habe, ist die Antennenhalterung. Ich weiß nicht, ob die für eine andere Version dieses Frames eigentlich konzipiert war. Aber die war nur, was war das, ich glaube, 15 Millimeter hoch. Der Cop da hinten selbst. Die Stand-Offs sind aber 20 Millimeter. Und das sah irgendwie ein bisschen doof aus. So, einmal kurz landen. So, Drohne auch nicht dreckig geworden. Genau, und deswegen habe ich mir nochmal eine eigene Antennenhalterung designt. Also im Endeffekt die, die auch bei dem Frame sozusagen dabei war oder dafür geeignet ist. Ich habe die einfach ein bisschen länger gemacht und ich habe hinten noch Blue-Edze hier draufgeschrieben. Sieht ganz cool aus, wie ich finde. Gut, und ich würde sagen, wir packen nochmal einen zweiten Akku rein, fliegen dann nochmal kurz eine Runde. Dann erzähle ich euch den Rest, den ich jetzt noch designt, gedruckt und entworfen habe. Gut, der zweite Akku ist drin. Dann geht es mal direkt wieder in die Lüfte. Ich habe die GoProids vom Winkel auch nochmal etwas anders eingestellt. Das war gerade eigentlich ziemlich unpassend. Gut, dann Pre-Arm. Und los geht's. Genau, eine andere Sache, die ich noch designt habe, tatsächlich komplett selber, ist ein Akku-Pad. Weil bei diesem Kopter bzw. bei diesem Frame gar kein Akku-Pad dabei war. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Klar könnte man jetzt so ein universelles nutzen und das einfach draufkleben. Das ist halt aber auch immer ein bisschen doof, weil dann sind halt die Löcher unten quasi in der Top-Platte nicht mit ausgespart. Und das ist dann halt blöd, weil das dann immer so Sachen direkt von unten anzieht und auch einfach nicht so elegant aussieht. Deshalb habe ich mir jetzt eins selbst designt, auch nochmal Blue-RC draufgeschrieben natürlich und unten dann das AOS-Logo weiterhin gelassen. Das ist natürlich jetzt nur aus TPU gedruckt und jetzt nicht so wie jetzt ein richtiges Gummi-Pad, was man jetzt normalerweise so kennt. Aber ganz ehrlich, um ein Vielfaches besser als blankes Cabo und das war sehr, sehr rutschig. Und so ist das schon ziemlich stabil. Der Akku bewegt sich nicht, vor allem in Kombination mit diesen vernünftigen Akkubändern. Ja, hält eigentlich ganz gut so der Akku. Ich glaube, da werde ich erstmal bei bleiben. Genau. Und naja, dann habe ich noch alles Mögliche. Schwarz, Quatsch, nicht schwarz, sondern pink noch lackiert. Der Copter war ja vorher so blau. Also die Stand-Offs und die Kamera-Haltung war ja alles blau. Und an sich fand ich die Farbkombination aus blau und pink auch nicht schlecht. Aber es waren einfach zu viele Farben. Das Schwarz, das Pink, das Blau, das war zu viel. Und ich weiß, das wird so wahrscheinlich nicht allen gefallen. Und das ist auch ehrlich gesagt genau das Ziel. Ich wollte was Auffälliges, ich wollte was Cooles, was Einzigartiges. Und genau das habe ich auch bekommen. Ist jetzt der Fifty Shades of Pink Copter, weil das halt alles Mögliche andere Farben sind. Aber cool aussehen sieht es trotzdem, finde ich zumindest. Und naja, ist jetzt auch immer was Besonderes. Eine letzte Sache, die ich jetzt auch noch selber designt habe und gedruckt habe, sind so kleine Unterlegscheiben sozusagen für die Motorschrauben. Weil die sind ja hier in dem Falle nur direkt in TPU reingeschraubt. Und das ist immer ein bisschen doof, weil die halt in TPU schnell so versinken, die Schrauben. Und dann halt nicht mehr wirklich viel halten und das TPU so sich verbiegt, das sieht einfach blöd aus. Und ich fand auch an sich, dass das unter dem Copter so ein bisschen blank aussah. Weil da halt einfach nur so die Schrauben im TPU waren. Und das war irgendwie so ein bisschen, naja, unsauber, sagen wir mal so. Deshalb habe ich mir jetzt noch für diese M3 Edelstahlschrauben eigene, naja, so Unterlegscheiben sozusagen gedruckt. Ein bisschen inspiriert durch diese Unterlegscheiben, die zum Beispiel beim Flyfish RC Frame dabei sind. Und den Frame finde ich außerdem sehr, sehr cool. Also ich glaube, Flyfish Osprey heißt der, meine ich. Den als 5 Zoll habe ich nämlich tatsächlich gestern, nee, vorgestern gebaut. Sehr, sehr geil. Also da werde ich mir auch nochmal welche von organisieren von diesen Frames. Die gefallen mir extremst gut. Also muss man wirklich sagen, alles an Zubehör dabei und GoPro Halterungen. Alles, also wirklich sehr, sehr clever durchdacht, sehr cool. Und der hat halt auch für die 4 Schrauben vom FC und halt die 4 Schrauben, die die Arme reinhalten, solche Unterlegscheiben. Natürlich aus Metall. Bei mir sind es jetzt nur aus TPU, ach Quatsch, aus PLA gedruckt. Aber ganz ehrlich, das reicht. Und das Coole ist, die kann man ja ganz schnell neu drucken. Ich habe jetzt für 16 Stück, obwohl ich eigentlich gar nicht 16 brauchte, sondern nur 12. Aber ich habe für die 16 Stück eine Stunde gedruckt. Das heißt, wenn man die jetzt irgendwie nochmal neu bräuchte, kann man die ganz flott nochmal drucken. Und damit ist das jetzt auch tatsächlich der tiefste Punkt des Kopters. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie hier so durch die Gegend slide, dann wird das auf jeden Fall als erstes den Boden berühren. Ja, und das ist halt cool, weil das sind Sachen, die austauschbar sind. Das mag ich ja auch an den Gravity Loss Frames so. Da sind ja auch unten solche Alu-Skidplates, wo man dann schön drüber kratzen kann. Und die kann man einfach neu machen. Und so ähnlich ist das hier auch. Und sieht vor allen Dingen sehr, sehr, sehr cool aus. Ja, aber es hat wirklich Ewigkeiten gedauert, diesen Kopters in der Form auch so zusammenzubauen. Das ganze Sleeven der Kabel und die Probleme mit Crossfire, die Probleme mit der O3. Naja, dann noch das ganze Design der Teile, dann drucken, okay, passt nicht ganz. Nochmal neu designen, nochmal neu drucken, okay, passt jetzt. Gut, dann jetzt davon 16 drucken. Das hat halt sehr, sehr lange gedauert. Ich habe da, oh, das war sehr tief. Ich habe da gestern bis knapp 6 Uhr dran gesessen, bis das Ding dann in meinem Zimmer abgehoben ist. Und ja, jetzt fliegen wir das erste Mal richtig draußen. Und ich würde sagen, das ist schon mal sehr erfolgreich. Wie gesagt, sind jetzt noch die kompletten Beta-Flight-Standard-PIDs und Filter. Das heißt, so richtig perfekt fliegt sich das jetzt nicht. Vor allen Dingen können wir jetzt mal hier einen Pro-Bosch-Test machen. Ja, ist noch relativ viel. Aber, naja, davon abgesehen fliegt er sich ganz solide hier, würde ich sagen. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Ist jetzt auch Beta-Flight 4.5 drauf. Ja, ne, echt ganz solide. Kann er einmal kurz Vollgas geben. Ja, langsam ist er nicht. Gut, dann würde ich sagen, komme ich auch mal langsam wieder rein. Müssen den Akku ja jetzt nicht komplett leer machen wie den letzten. Fliegt sich auf jeden Fall erschreckend lange, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt halbwegs entspannt geflogen. Jetzt nicht krass auf Racing hier. Aber trotzdem jetzt sechs Minuten Flugzeit mit einem alten Tattoo 3300er. Ja, das kann sich sehen lassen. Gut, und ich würde sagen, an die Leute, die gesagt haben, nach ein paar Flügen wird der nicht mehr so aussehen, sieht auch so aus. Ich lande halt einfach auf dem Rucksack, dann bleibt der schön sauber. Und ich würde auch sagen, das war tatsächlich ein sehr erfolgreicher Testflug. Also, ich glaube, ich habe wirklich noch nie so viele Arbeitsstunden in ein einzelnen Bild reingepackt. Das war, ja, anstrengend. Also, wirklich sehr anstrengend. Und der ist auch noch nicht komplett fertig. Ich habe noch ein, zwei Ideen, die ich hier umsetzen will. Dadurch wird der Kopf noch mal komplett anders aussehen. Dazu, naja, gibt es dann aber zu dem gegebenen Zeitpunkt noch mal etwas mehr. Ich würde sagen, ich werde euch mal alles an Dateien und Komponenten verlinken. Die gibt es fast alle, auch irgendwie aus Deutschland. Und dann verlinke ich euch das alles, auch die Dateien, die ich jetzt selbst designt habe. Das heißt, falls ihr sowas tatsächlich nachbauen wollt, auch wenn ich das jetzt von den allerwenigsten erwarte, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Und die ganzen Teile hier, wie gesagt, sind alle in der Videobeschreibung dann verlinkt. Und man muss das Ganze natürlich nicht mit den rosanen Motoren machen. Man kann das auch mit den blauen oder weißen E6-Motoren machen oder mit komplett anderen. Und natürlich dann auch generell die ganzen TPU-Teile auch in anderen Farben drucken. Das ist einem natürlich offen. Allerdings würde ich sagen, ist das schon mal so relativ auffällig. Eine letzte Sache, die ich tatsächlich auch noch designt und gedruckt habe, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich habe hier für den X-T60 die Kabel so seitlich dran gemacht. Und da haben wir auch schon das nächste Problem. Der Ton war auf einmal weg. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt auf jeden Fall kein Audio mehr. Sagen wir mal so, ich erzähle das einfach mal so. Also das Problem, was ich nochmal lösen wollte, war, dass die Anschlüsse vom X-T60-Stecker bzw. der Buchse halt sehr offen waren. Ich hatte die ja so seitlich dran gelötet. Und dadurch passt natürlich der originale Clip von dem X-T60-Buchse nicht mehr da drauf. Daher habe ich mir jetzt einen eigenen Design aus PLA. Und den kann man so drüber klippen. Und dadurch sind die Kabel dann auch gut geschützt und nur noch halt in Richtung des ESC offen. Ja, das waren am Ende schon so alle Teile, die ich gedruckt habe. Wie gesagt, die und die Teile selbst werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Hoffentlich bei einem Video, was nicht ungefähr 70 Arbeitsstunden erfordert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.